Wir sind auf der Frühdienst. Aha! Ja, mit der Renan, mit der Renan, mit der Schale. Ja, das ist aber ganz schlafen. Im Juni fängt der Frühdienst an. Immer noch. Wie? Auch die Roadtoren. Da werden die noch nicht geöffnet. Ich weiß nicht, dass... Aber das gehört mal jetzt hin. Für mich ist das ein DJ-O-C-Temio offen. Sie werden da gespart.